Barney, Ballaballa! Los, wirf dir mal! Wirf dir mal! Wirf dir mal! Du kannst nicht alle heilen. Oh, der Suffocation Pit. Kommt garantiert gut. Dort vorne ist schon eine Kiste. Oh, sogar zwei. Okay, dann nehm ich die Kiste. He, he, he. Ach ja, da kann ich vielleicht ne Handvoll Laps. Die sind noch weniger liefreich. Ja, mehr als ne Handvoll Laps. Oh, das ist der Geist! Schon wieder Geist? Ja, wir haben schon wieder Mr. Bende, Bende, Glocke. Ich hab das Gefühl, es gibt nur einen Kinder. Moment. Sag mal, hör auf mich zu verfolgen! Ich hab mir gar nichts getan. Den Fallensteller und den Glockenspieler. Richtig. Verdammt. Nein! Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Der Glockentyp ist toll. Komm rein, kannst du spielen. Ich darf dich ja nicht mehr runterholen. Ja, ist okay. Das geht so lange, wie irgendjemand mich nicht runtergeholt hat. Ähm, nein, Moment. Was? Was? Ich wünsche euch hier noch viel Spaß. Ich glaube, ich geh mal hier auf. Alles klar! Dir auch viel Spaß! Tschüssi! Hey! Ihr gewusst ein Kinder. Heyo! Ja! Ace hat ihn gefunden. Tschüssi! Achtung! Er läuft hier hinterher. Wer ist mir? Äh, das bist du. Oh! Oh! Ah, jetzt macht der Miel, der ja... Während ihr da rumpimmelt... Ja, mach mal was anständiges hier. Ach, komm, ne? Wie gehen die ein, zwei Meter? So, jetzt darfst du mich doch wieder runterholen. Ah, Barbecue! Chitty! Schön! Nein, nicht hängenbleiben! Ah! Okay! Tschüss! Ja! Soll ich dich auch anfassen? Ja, ja, mach! Okay! Bambi bist du noch auf der Flucht? Ja! Ah, der Kinder rindt gerade wieder zu Ace. Oh! Oh, ihr haltet euch da hinten! Warte mal! Ja! 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 Ja, der Kinder fängt die ganze Zeit bei Ace rum. Ich glaube, da wären wir auch gar nicht angekommen. Äh, CC, Senora, CC. Aber ich habe mal eine doofen Frage. Diese Totems, wenn ich die zerstöre, was bewirkt das genau beim Killer? Es gibt Perks beim Killer, die können die Totems aufladen. Und du kannst zum Beispiel mit dem Ruin... Also mit dem Ruin kannst du zum Beispiel... Ja, ist ja optimal. Oh ja, Rindaußen, das ist sehr gut. Aber das läuft hier dann nur bei speziellen Perks dann, oder? Äh, richtig. Und ansonsten Kriegsrollpunkte, wenn du sie kaputt machst. Und wenn er die aufgeladen hat, was ist dann mit diesen Totems? Ähm, also beim Ruin... Ruin Totem, da ist die Generaturen extrem schwer zu reparieren. Das bedeutet... Ah, das schafft das. Genau. Es gibt aber auch noch ein Totem, da ist die... Äh, ein Perk, da sind die Totems aufgeladen. Und äh... Erst bei mich? Du kriegst Stress, wenn du es kaputt machst. Ah, okay. Oh, schön. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Ist er noch da? Er hat sich auf jeden Fall unsichtbar gemacht. Ja, dann. Lauf weg. Danke. Oder Lauf hinterher oder was auch immer. Was auch immer du tust, Lauf. Das kommt. Ja. Oder ist, um es mit folgenden Worten zu sagen? I have a bad feeling about this. So ein Kot. Ist das nicht Han Sterbi? Ja. Eine Sterbi-Saga. Aus dem Millennium-Sterber? Ja. Mit Stuberka. Mit einem freien Feld ist das nicht so gut. Ach was, das passt schon. Äh, bist du gerade in der Nähe von Bälle? Hier ist kein Keller bei mir. Ich bin so... Der ist sowas von in der Nähe. Jetzt kommt der Killer. Ne, macht das nicht. Oder so Borrow Time. Gut. Lauf, lauf, lauf. Dort ist ihr Ende. Ich bin nämlich auf der anderen Seite der Karte. Wenn ich lauf, dann lauf ich richtig. Oh, da bist du. Oh ja, da kommt er. Ah, Mann. Geh weg. Wer kommt hinter dir her? Ja, das dachte ich mir, das dachte ich mir, weil das ist das einzige Schlaue, was er machen kann. Oh, hier. Ende der Karte. Ah! In den Keller reinrennen. Perfekte Idee. Ach, komm. Hätten sie mich doch einmal gefrikt am Hüteren. Das möchte ich nicht. Bitte, danke. Danke. Verdammt. Hat es noch mitbekommen, leider. Und das Tote sterben, genau. Doch, ich weiß nicht, ob es gut war. Alles klar. Der Sterbenzerstörer. Bebel, such die Falle. Oh, dann ist er direkt nur auch. Ich habe sie dann nicht gefunden. Da, wo ist das, wo der Sterbens. Direkt da. Jetzt sterbt ihr erst recht. Und das langsam. Hey, guck mal, du kriegst den Ehrenplatz in der... Ah, gut, alter. Na gut, heute kann der Wert. Wer will, such die Falle. Such die Hedge. Einige Chance. Ich sehe sie. Ich krabbel schon mal zum Haken. Ich wollte gerade sagen, du machst schon mal den Service und krabbelst direkt unter den Haken. Ne, ich glaube, er sucht die Falle. Sucht er die Hedge? Ich glaube, du sollst dich runterbegeln. Er hat seine Punkte zusammen jetzt. Ach, ne, also doch nicht. Was? Was für ein Arsch. Also, wir bräuchten schon noch einen Mitspieler. Ach, also haben wir hier. Vielen Dank.